Hallo liebe Zuschauer des Richtige Wahlkanals. In diesem Video werde ich über den Rösle Videro G6S Gasgrill berichten. Kennen Sie dieses Modell? Schreiben Sie gerne in den Kommentaren unter diesem Video, was Sie davon halten. Wenn Sie das Gerät kaufen möchten, dann schauen Sie gerne in der Beschreibung unter dem Video. Dort finden Sie Links mit den aktuellen Preisen und der aktuellen Verfügbarkeit. Fangen wir an! Rösle Gasgrill Barbecue Station Videro G6S. Innovativ, flexibel, vielseitig Videro. Wenn viele Gäste versorgt werden wollen, schlägt die Stunde der Gasgrill Barbecue Station Videro G6S von Rösle. Die sechs Hauptbrenner aus Edelstahl lassen sich schnell und bequem per Jetflame-Zündsystem entflammen. Bereits nach wenigen Minuten sind die Geräte betriebsbereit. Mit je 3,5 Kilowatt geben die Hauptbrenner richtig Gas. Ein zusätzlicher Seitenbrenner mit 3 Kilowatt-Leistung für die Zubereitung von Beilagen und Soßen sowie die extra heiße Prime Zone mit 800 Grad Celsius für ein extra krosses Finish erweitern die Grillstationen für unvergleichliche Grillerlebnisse. Neben einem Glaseinsatz im Deckel sowie einer großen Grillfläche überzeugen die Geräte mit großzügigen Warmhalteflächen. Gerade beim Zubereiten größerer Mengen Grillgut praktisch unverzichtbar. Die ergonomische Arbeitshöhe von 90 Zentimetern erlaubt zudem ein komfortables Arbeiten am Grill. Dass man die Temperatur präzise einstellen kann, gilt als einer der größten Vorteile von Gasgrills. Bei den Videro Gasgrills wird das Drehen an den entsprechenden Reglern zum besonderen Highlight, denn die Knöpfe leuchten in stilvollem Weiß und Rot. Die Gäste werden nicht nur kulinarisch, sondern auch optisch beeindruckt sein. Apropos Optik. Die Gasgrillstationen sind mit schwarzem Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl erhältlich. Emaldierte Gussroste gehören bei jedem Modell zur Standardausstattung ebenso wie nützliche Ablageflächen an den Seiten und ein großzügiger Stauraum unter dem Grill für Gasflaschen bis zu 11 Kilogramm. Und wird mal nicht gegrillt, lassen sich die Seitentische ohne Werkzeug praktisch abklappen. Inklusive VarioPlus Grillrostsystem. Das Rösne VarioPlus Grillrostsystem bietet die Möglichkeit durch separat erhältliche Einsätze und Aufsätze zwischen vielen verschiedenen Grillarten je nach Grillgut zu variieren. Diese sind einfach und schnell auswechselbar und erweitern den Horizont des Möglichen bedeutend. Je nach individuellem Wunsch können so die Einsätze zusammengestellt und flexibel sowie sicher eingesetzt werden. Für das Grillrostsystem ist eine wendbare Grillplatte kleine Grillstücke. Ein Grillrost für ein einzigartiges Branding, ein Pizzastein für knusprige Pizza oder Flammkuchen, ein Wok zum scharfen Anbraten von Grillgut und ein universeller Dutch Oven zum Kochen, Braten und Backen separat erhältlich. Klappbare Seitentische Ohne Werkzeug abklappbare Seitentische, so lässt sich der Grill auf kleinstem Raum sicher verstauen. Deckel mit Glaseinsatz. Gewährleistet auch bei geschlossener Haube Einblicke in den Garraum. So bleibt die Temperatur konstant und der Garprozess wird nicht unnötig verlängert. Die gut ablesbare Anzeige des Deckelthermometers in Grad Celsius und Grad Fahrenheit dient zur Kontrolle der inneren Grilltemperatur. Komfortable Arbeitshöhe und große Grillfläche Die ergonomische Höhe von 90 cm gewährleistet ein entspanntes Arbeiten am Grill. Sowohl Grillfläche als auch Warmhaltefläche sind großzügig bemessen. Inklusive VarioPlus Grillrostsystem erweiterbar separat erhältliche Aufsätze und Einsätze wie Pizzastein oder Wok. Extra heiße Primezone. 800 Grad Celsius sorgen für ein extra grosses Finish, integriert im Seitentisch inklusive elektronischer Zündung. Viel Stauraum im Unterschrank. Für Gasflaschen bis zu 11 kg und weiteres Grillzubehör. Hauptbrenner aus Edelstahl. Die sechs Hauptbrenner lassen sich schnell und bequem per Jetflame-Zündsystem entflammen. Beleuchtete Drehknöpfe. Stilvolle Beleuchtung der Drehknöpfe, somit hat man auch im Dunkeln alles im Griff. Integrierter Seitenbrenner. Im Ablagetisch befindet sich ein Seitenbrenner mit 3 kW Leistung zum Zubereiten von Beilagen oder Soßen. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Das Piezo-Zündkabel ist zu kurz. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Der Aufbau ist der Hammer. Die Anleitung ist logisch, eindeutig und verständlich. Das Aufheizen ist wirklich rasch. Die Inbetriebnahme ist perfekt beschrieben. Ordentlich Leistung. Die Bedienung des Grills ist sehr einfach. Ein schöner Grill. Viele Möglichkeiten. Das war mein Testbericht zum Rösle Videro G6S Gasgrill. Den Preis dieses Modells finden Sie, indem Sie den Links in der Beschreibung unter dem Video folgen. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und wenn Sie das Video liken. Die nächste Rezension folgt schon in Kürze. Abonnieren Sie unseren Kanal und klicken Sie auf die Glocke, um es nicht zu verpassen. Bis bald!